Das Judas Ohr. Er ist ein Pilz, der im gesamten Jahr gefunden werden kann. Man erkennt ihn an seinen dunkelbraunen Fruchtkörpern, die wie eine Ohrmuschel aussehen. Die Konsistenz des Pilzes ist zäh und geleeartig. Man findet diese Pilzart am häufigsten an krankem Holunder. Er ist relativ geschmacklos und wird vor allem in der asiatischen Küche verwendet.